Ich ließ fünf Daimyo zurück, damit sie um die Kontrolle über ihr Volk kämpfen konnten. Wir würden schon sehen, wie stark ihre Einheit wirklich war. Ich gab Sejuro den Palast. Die anderen vier Überlebenden meiner Prüfung setzte ich im Sumpf aus. Die Daimyo Aiyu machte den ersten Zug. Jede Armee braucht Krieger, deren Spezialität der Sieg ist. Sie sind Kensei, Schwerteilige, die Beschützer unseres Volkes. Jeder große Herrscher seit dem Untergang wurde als Schwerteiliger ausgebildet. Jeder Einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. So wie unser Wille auch. Ich war die letzte Daimyo, die in Myhre freigelassen wurde. Fröhliche Jagd. Fröhliche Jagd? Apollion dachte, wir würden uns bekämpfen, um die Macht des Kaisers an uns zu reißen. Sie hatte Recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Ja und damit, willkommen zurück zu einer neuen Folge For Honor. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wo versteckt ihr euch? Wenn ihr heute eine legendäre Doppelfolge sehen wollt, dann einfach bewerten. Keine Sorge, die Doppelfolge kommt. Gut, wir schauen uns hier ein wenig um. Wir können wieder jede Menge Sachen entdecken und Auskundschaften. Was haben wir hier drüben? Ein Boot. Toll. Einfach nur ein Boot. Dinge, die für mich persönlich ab und zu relativ interessant aussehen. Wie zum Beispiel das hier, oder? Ich meine, das sieht doch wirklich interessant aus. Keine Infos. Keine Infos. Nun gut, wir müssen in die Richtung ziehen. War das eben gerade meine Klinge? Ah, wir leuchten hier so ein bisschen auf. Wir spielen ein weibliches Wesen. Mal wieder. Auch Frauen haben damals gekämpft. Das haben wir hier, so ein kleines Hütchen, ein Baumhaus. Schon wieder hier in den Sümpfen. Ah, hier drüben. Was die Samurai sich nicht eingestehen konnten, war, dass sie sich bereits im Krieg gegeneinander befanden. Ich fühlte es ihnen nur vor Augen. Ja, ja, Krieg. Sie will immer Krieg. Wo steckt ihr denn? Wo steckt ihr denn? Den Sinn, warum sie Krieg haben will, habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Ich meine, wir wissen, dass damals... Oh, wir sind doch alle von derselben Rasse. United. Teamwork. Ich räume mich mal weg. Also, wir wissen, dass damals hier Dorf angegriffen wurde, als sie ein Kind war. Und seitdem sieht sie irgendwie nur noch Krieg. So richtig schlüssig ist das Ganze noch nicht. Dann machen wir den hier. So, hier erledigt. Das war schon alles. Echt jetzt? Ranja war fromm. Doch Frömmigkeit entschuldigt keine Verbrechen. Ajo, ihr wagt es, diesen Ort zu entehren. What? Du bist ja schon hier einer von den Krassen. Wow. 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 Zack. Jetzt bricht sie hier wieder durch. Ab und zu täuscht sie an. Komm schon. Und einen schweren hinterher. Ich lasse nicht zu, dass ihr über unser Volk herrscht. Keiner herrscht hier. Niemand herrscht hier rum. Bam. Oh, der war nice. Sie täuscht immer wieder an. Richtig mies. Sowas ist mies. Oh, jetzt bin ich hier benommen. Ich bin benommen. Benommen und in der Ecke. Oh, ich komme hier nicht wieder weg. So, jetzt geht's. Nein. Da wird gekontert. Und zack. Und wir brechen wieder durch. Und bäms. Kontern. Schönes Ding. Einer weniger. Und Infos hier oben. Der Name eines Dämonen. Ich wählte ihn, als ich das Kommando über Schwarzenfels übernahm. Er bedeutet Zerstörer. Holdens Dämonenname ist Asmoday. Doch in letzter Zeit bevorzugt er seinen echten Namen. Merkwürdig. Aha. Dämonische Namen. Wieso genau wissen wir nicht. Ich werde euch finden. Ein wenig Stahl haben wir gefunden. Ja, dieses Antäuschen, das die gemacht hat. Das war richtig fies. Immer so getan, als ob. Aber dann kam irgendwie nichts. Oh, ein dicker Mann. Ich bin direkt wieder benommen. Wie machen die das? Und wir rollen uns mal raus. Alright. Dickerchen. Ich war schneller. Sei doch mal benommen. Boah, wenn der Dicke zuhaut. Das geht durch. Du bist aber nur ein regulär dicker Mann, oder? Komm schon. So ein langes Katana. Und trotzdem habe ich irgendwie keine Reichweite. Jetzt aber hier. Finish him. Exekution. Enthauptung. Ich liebe Enthauptung. Keine Ahnung. Irgendwas läuft bei mir gewaltig schief. Schnauze. Ich bin Bauer. Hallo. Sieht so ein Bauer aus. So eine Rüstung. So ein Helm. So eine Waffe. Definiere Bauer. Kleiner Mann. Wenn ich konnte, würde ich hier auch ertaupten. Geht aber leider nicht. Nur die Dicken werden geschlachtet. Wie die Schweine. Mann, hier in dem Sumpf kann man sich aber auch ganz schön verlaufen. Du bist alleine, Bruder. Du bist alleine. Jede Menge Leichen. Wir setzten vier Daimyo im Sumpf aus. Wären es vier andere gewesen, hätten sie sich verbündet und ihre Probleme gemeinsam gelöst. Aber ich hatte sorgfältig gewählt. Sie kennt irgendwie immer das Verhalten der Menschen. Damals, als ihr Dorf geplündert und gebranntschatzt wurde, hat sie dann Psychologie studiert. Doktor. Wo versteckt ihr euch? Und ist jetzt extrem informiert über das Verhalten aller Arten von Menschen in dieser Welt. Ja, nahezu gespenstisch. Ich weiß immer genau, wie die Menschen reagieren. Was haben wir hier drüben? Was ist das hier? Ist das Gift? Gift. What? Ich wollte eigentlich sowas hier machen. Zack. Genieß das Gift. Schön benebelt. Gestank, ha? Das stinkt. Nach alten Socken. Er will hier wieder einen auf dicke Hose machen. Aber nicht mit mir, mein Freund. Oh, jetzt kommen die Gegner. Jetzt geht's rund. Kindergarten ist vorbei. Von rot zu gelb. Der andere war grün. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Und deswegen müssen wir einlenken. Wir sind das Gute. Ausweichen kennen wir doch bereits. Er versteckt euren Reichtum, damit ihr ihn nicht teilen müsst. Wow, 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 wow. Erstmal die Kleinen wegholen. Und ich muss weg. Zack. Alter, der dicke Mann. Oh, ich hab schon wieder ganz wenig Energie. Kleiner taktischer Rückzug. Ein wahrer Krieger. Erstens, ich bin eine Lady. Zweitens, ihr seid zu 100. Während ich alleine bin. Was ist das hier für ein Gangbang? Ich muss sagen, der Orochi hat mehr Damage gemacht. Interessanterweise. Und raus. Shit, ich wollte, dass ihr hier in mein Gift geht. Gehen wir hier drüben in mein Gift. Komm mal in mein Gift. Au. Au. Das tut richtig weh. Alles klar, du willst es unbedingt wissen. Komm schon. Nice. Hier wird nicht gequetscht. Der ist gestorben. What? Hey, der Kollege ist nicht mal tief gefallen. Der ist aber ganz schön empfindlich. Was haben wir hier? Standfestigkeit. gegen Wurfschaden. Alles klar, jetzt hier. Specki. Komm mal hierher. Nimm mal tief hier in Atem. Ja, komm. Er weiß es, oder? Er weiß meinen Plan. Alles klar. Alles klar. Komm hier rein. Er will da nicht hin. Er ist intelligent aus irgendeinem Grund. Ich hab wenig Leben. Sehr wenig Leben. Geh mal da drüben in die Falle. Alles klar. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm hier hin. Lauf rein. Bist du ein gerissener Typ? Ganz ehrlich. Eure Untertanen hungerten, während ihr gefeiert habt. Boom. Komm, 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 komm. Zack. Und Exekution. Wie jetzt? Warum nicht? Ich hab gedrückt. Ich hab wirklich gedrückt. Trust me. Ich hab gedrückt. Ich hab sowas von gedrückt. Lady Fight. Da wird die Klinge lila. Alter, wenn die durchdreht, dreht sie durch, hä? Aber jetzt kommt schon. Vams. Runter mit der Rübe. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich irgendwas hier noch untersuchen? Das sieht so untersuchbar aus. Nein? Okay. Die Musik. Irgendjemand im Hintergrund ist voll am Abdrehen. Moin. Wo hat der Polly an euch abgesetzt? Hier ist nix. War da oben jetzt was? I have no idea. Und erledigt. Schicksal. Kenzai. Okay, so geht der Angriff. Nice. Und der letzte scheint dann irgendwo dahinten zu sein. Unsere Welt ist voller versunkener Städte, geschleifter Festungen und vergessener Ruinen. Aber im Land Myhre sind derartige Überreste nur ein paar Jahrhunderte alt. Die Zeit scheint dort viel schneller zu vergehen. Das scheint so, naja, bei den Begebenheiten... Dokuja war ein Feigling. Er musste nie um etwas kämpfen. Er hat nie Mitgefühl gelernt. Für was auch. So, hier wieder eins gefunden. Zwei erst. So, wen haben wir hier? Kleines Drop. Tapferer Männer. Die sterben müssen für den Falschen. Das tut mir wirklich leid. Ich habe keine Energie. Oh, schon wieder keine Energie. Er war sogar benommen. Kannst nichts, Alter. Du kannst nichts. Und erledigt. Soll ich das hier mitnehmen? Der Brandpfeil? Er ist eigentlich ganz gut. Ich nehme ihn mal mit. Zwei Stück sogar. Na, hoffen wir mal, dass es sich lohnt. Wow. 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 Besser feige als tot. Wow. Was? Was zur Hölle? Ey, wie fies war das denn? Ich wurde einfach runtergestoßen. Er kam von hinten mit seinen Buddies und hat mich einfach hier gemeuchelt. War ganz, ganz dreckig und unehrenhaft. Das war absolut wow. Da war kein Honor. No Honor in sight. So, hier, schnelle Angriffe. Schneller Mixer. Beide sind tot. Hey, Moment mal. Ihr seid die Gelben. Seit wann arbeiten die zusammen? Brüderschaft. Hier wird verbrudert. Ich bin eine Dame. Klar. Kann ich ihn da reinstoßen? Oh, nice. Endlich mal hinbekommen. Ein Traum wird wahr. So, jetzt habe ich hier aber noch ein bisschen Stahl gefunden. Auf einmal spielen die kleinen Schweinchen hier im Team. So nicht, ja? So, den hole ich mir jetzt. Der Typ ist fällig. Was ist das hier? Ein altes Schiff? Ja, hier in den Sümpfen kann man immer was Neues entdecken. Burn, motherfucker. Burn, burn, burn. Sieht nicht gut aus für dich. Ah, da drüben sind Vasen. Alright. Und gib mir den Stuff. So, vier von fünf. Dieses Schiff ist doch wahnsinnig interessant, oder? Ist doch unglaublich interessant. Und hier gibt es keine Infos. Schade. Ich dachte wirklich, hier gäbe es welche. Diese Sümpfe sind so verdammt groß. Wo versteckt ihr euch? Okay. Jetzt aber hier Vorsicht. Jetzt habe ich auch einen besseren Angriffspunkt. Erstmal den hier anzünden. Er brennt. Interessiert ihn neu. Ist es jemand hier? Ich brenne nur ein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Ich will die alte erstmal hier holen. Das ist eine miese Gang. Bleib hier und kämpfe! Und wir rollen uns raus. Kommt ja der Chef? Bist du der Chef da hinten? Ist er da schon? Nee, nee, der Chef kommt jetzt. Was für eine krasse Armee! Bam! Ey! Ich habe wieder einen Lauf. Ich habe wieder einen Lauf. Komm schon! Komm schon! Okay, sehr gut. Oh, 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 Ninja Moves. Komm schon! Nice! Ich habe Rache. Ich und eine Kriegsreiberin. Ich! Ich bin die Güte in Person. Okay, er wartet da hinten. Diesmal wird auf keinen Fall auf dem Steg hier gerangelt. Das sage ich euch jetzt schon. Keine Stegrangelei. Aber die hatten wir schon, ne? Die haben wir gelootet. Leuchten zwar noch, aber haben wir gelootet. So, Chef. Einmal. Na, wie schmeckt dir das? Ach Mist, die Racheanzeige ist weg. Ich dachte, es wird ein bisschen länger halten. Alter, wie krass ist das denn, bitteschön? Wow. Würde sagen, zu spät. Ihr beweist nur, dass alles stimmt, was man über euch erzählt, Arju. Ich komme nicht an ihn ran. Man kann euch nicht trauen. Ich kenne euch. Komm schon. Ich halte euch auf. Ich komme nicht an diesen Dude ran. Wahnsinn. Der macht mich hier platt. Ihr seid zu ehrgeizig. Reicht ein. So, hier gekonnt. Er steht schon wieder. Ja. Nice. Zieler. Was? Ach, hier kommt noch einer raus, oder wie? War aber nicht wichtig. War kein wichtiger Gegner. Ich hatte es geschafft. Unser Kaiser ist tot. Die Schwarzenfelsenlegion steckt dahinter. Apollyon will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Nicht mit mir! Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Wie geht's Gott? Wer ist ein neues Zeitalter? Apollion würde bereuen, mich verschont zu haben. So, jetzt wird sich weint. Noch mal ein bisschen die Wikinger natürlich wegschlachten. Aber ich wette, am Ende werden die Wikinger auch sagen, ja komm, wir und die Asiaten hier, das könnte funktionieren, weil am Ende muss es ja gegen Apollion gehen. Kann ja gar nicht anders sein. Kann man sich ja jetzt schon denken. Gut, wir wurden noch Level Up, Level Aufstieg. Wir bekommen Gabe, Henker Stufe 2. Nicht schlecht, aber ich finde gerade die Kombi, die ich dabei habe, auch nicht schlecht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wahrscheinlich heute. Ich glaube an euch da draußen, dass das Video ausreichend unterstützt wird. Dankeschön für den Support, bis zum nächsten Mal und Tschüss! Das war's! Ich glaube an euch, das war's! Das war's!